Das sieht doch schon schön aus. So, ein paar Sachen abbauen, wenn wir wieder ein paar Ressourcen reinkriegen, damit ich hier noch ein zweites Feld anlegen kann. So, das ist auch fast fertig. Finde ich auch super. So, der bringt nochmal Fleisch. Finde ich auch gut. Erwartet ein Baby. Da wird wahrscheinlich auch bald ein Baby kommen. Ich hoffe auf jeden Fall. So schön. So schön. Das ist genügend Platz. So. Das wird jetzt alles wunderschön hier. Ich warte nur noch darauf, dass das Wetter besser wird und dann tun wir Kartoffeln anbauen. Und auf das neue Feld, das wir hier bauen... Ich hoffe, es wird gebaut. Äh, können wir dann Dingens machen. Ähm... Was wollte ich machen? Hafer, glaube ich, ne? Ja, Hafer für die Hühner, die wir bauen wollen. So. 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 werden. Das wäre nett. Das ist Hafen. Ja, können wir demnächst mal upgrade hier ein bisschen, aber ich will erst noch ein paar Ressourcen sammeln und ein bisschen hier was. Wäre mir tatsächlich viel lieber. Kann man den Schnee wegschmelzen? Das ist ja grad irgendwie verfolgt. Ja. Kommunikation, ne? Also alles. So. Bauen die das jetzt nicht oder was? Ah. So. Wird das gebaut? Hä? Wieso baut denn da niemand? Ja. Hm. Schlimm hier. Mit mir. Wir haben immer noch minus zwei Grad, weil der Winter irgendwie nicht vorbei ist. Das wird echt knapp dann mit den Kartoffeln. Das wird knapp. Der Hafer, der wächst ja eigentlich relativ schnell. Glaub ich. Schnell. Ja. Der Hafer ist schnell. Ein machen, ne? Wir wollen ja Kartoffeln machen. Das wird übel. Das wird richtig übel. Pech haben, ne? Pech haben, ne? Ne. Kannst du immer noch nicht machen. Ist doch kacki. Hm. Ich hab jetzt einen, der nix macht. Was denn? Ja, was denn? Hast du Hunger? Ist es wieder soweit? Hm? Musst du zu Schöps gehen? Der ist dran mit Füttern. Ich hab heute Morgen gefüttert. Ja, doch. So, damit wir hier einen lauern haben. So. Aha. So, die macht jetzt den Bauer. Hier, warum wird da nicht weiter gearbeitet? Hm. Kultiviertes Land. Okay. Ja, der muss hier halt, ne? Kein Arsch. Ihr müsst euch ranhalten. So. Was denn? Nein. Musst du zu Schöps gehen? Ja, doch. Doch. Warum diskutierst du mit mir? Da erwartet wieder jemand ein Baby. Ich sag ja, Babys kommen jetzt in Massen. Deswegen müssen wir halt richtig gut reinhauen hier. Was über die Anzeige. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Ich hab das hier. Was ist das hier? Was ist das? Was ist das hier? Ich mach das mit. Ich hoffe du brauchst das Feld jetzt auch mal ordentlich hier. Also ich würd halt super gerne langsam Hafer anbauen, weil, ne? Hm, hm. Hm? 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 So, wir haben jetzt nur was zum Winteranfang Zeit, um Sachen zu sammeln, ein paar Sachen anzubauen und einen Hühnerstall zu bauen. Wisst ihr Bescheid? Das wird was. 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 Was. Das wird was. Das wird was. Das wird was. Das wird was. Amen. So. Ein paar Straßen gebaut. Haben die erstmal ein bisschen was zu tun hier. So. So. Ich bin nicht gut im Straßen erstellen, ich bin nicht gut im Dörfer bauen. Ah, aber es sieht schon mal ansatzweise hübsch aus. Das ist die Hauptsache. So. Die ist schon mal gut dabei. So und jetzt wird das Feld hier gebaut. Das finde ich sehr gut, weil dann können wir da nämlich auch einen Bauern einsetzen und können den Hafer anbauen. Das ist nämlich ganz wichtig für unsere Hühner, die dann bald kommen. Tun wir nämlich, ich weiß nicht, hier so hinsetzen, die Hühner. Wo in die Nähe vom Jäger und dann geht das. Und dann machen wir hier oben mit dem Dorf weiter. Ja. So, die ist auch schon ganz gut dabei. Ich glaube, die ist noch am Säen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die ist noch am Säen. Und dann haben wir erstmal so Baumeister haben wir zwei Stück. Ressourcen sammeln, geht ja eh gleich wieder los. Wenn wir hier alle heiraten und Babys kriegen, wird das alles ganz hübsch wird hier. Komm, bau schneller. Ich will Hafer anbauen. Ich frag mich aber, wie man Weidetiere, weißt du? Es ist ja auch so, so, ja du kannst das machen. Ja, cool. Aber wie macht man sich eine Weide, weißt du? Da ist dann auch wieder so, hm. Braucht man dafür eine gewisse Dorfbewohneranzahl, oder? Keine Ahnung. Ganz komisch. Ja. Ja. Ich weiß es. Ja. die machen auf jeden fall hier schon mal gepflasterte wege, das ist sehr gut einen brunnen können wir dann hier draußen auch noch hinbauen aber erstmal abwarten würde ich sagen erstmal abwarten das jetzt auch so klappt wie ich mir das vorstelle, weißt du? ist ja auch immer so wird das jetzt so wie ich mir das denke man muss auf jeden fall feuerholz erstmal machen für eine ganze weile ich habe auf jeden fall niemanden der unbeschäftigt ist es sind alle beschäftigt er geht jagen aber wer macht jetzt das feld, weißt du? zwei personen welche in diesem beruf arbeiten die macht auf jeden fall die macht die kartoffeln aber wer macht den? hafer ah ok ich hatte vergessen das auszuwählen ich bin auch so ein intelligenzbolzen ja die macht jetzt samensehen alles klar, wie geht es los hier? sehr schön ja die machen ja die macht wie geht es los hier? ja die macht auszuhören ja das ist so ich weiß es so Die bräuchten Brunnen, glaube ich. Puff, Scheiterhaufen, da Brunnen. Der braucht nicht so viel. Ja, hier wird erstmal ganz viel getan. Die erste Zeit, was ich ganz gut finde. Muss auch ein bisschen auf die Uhr achten, weil ich ja morgen früh raus muss. Aber ich denke mal, wir spielen das morgen, wenn ich von der Schule komme, definitiv weiter. Ne? Ich habe das Gefühl, Discord hatte ein Update am Handy. Es regnet, finde ich gut. Was ist mir mal?